Michi und Maren kehren nach Berlin zurück. Bahnt sich nun das lang ersehnte Liebes-Comeback der beiden an? Auf diese Rückkehr haben viele GZSZ-Fans gewartet. Michi, Lars Pape, kommt nach seinem Finnland-Trip wieder nach Berlin. Zeitgleich trudelt auch Maren, Eva-Mona-Rodekirchen, in die Hauptstadt ein. Die Blondine ist vor einigen Wochen für einen lukrativen Job nach Los Angeles gereist. Doch offenbar kehrt sie für die Liebe nach Berlin zurück. Ein Rückblick. Maren war hoffnungslos in Michi verknallt. Doch dieser heiratete Nicole, Laura Lippmann. Allerdings waren die Gefühle für Maren bei Michi stärker. Er trennte sich von Nicole und machte Maren ein Liebesgestell. Nun sind Michi und Maren wieder vereint, zumindest räumlich. Wie gehen die beiden mit dem Gefühlschaos der vergangenen Wochen um? In einer RTL-Mitteilung heißt es, Michi kommt nach Berlin zurück. Und es wird klar, seine Sehnsucht nach Maren ist groß. Er ahnt nicht, dass es Maren genauso geht und sie ihn zum Geburtstag überraschen will. Doch das gestaltet sich gar nicht so leicht. Es sieht so aus, als ob sich ein Liebes-Comeback der beiden anbahnt. Die neueste Folge mit Michi und Maren seht ihr am 26. Oktober, ab 19. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020